Bruder, klar, Schlepper, Mais, Herr Klapp. Passt, ich gucke hier hin, was hier alles drauf ist. Hey, Passt. Hey. Passt, möchte sagen, was hier alles drauf ist. Das ist New Holland. Traktor. Andessen ist der Bruder, klar, Schlepper, Mais, Herr Klapp. Auch von gesagt, ein Traktor, der mit Ausrüstung ein Frontlader dran befestigt ist. Anschließend ein Traktor mit einer Quaderbeinbreche. An dessen noch ein Traktor mit Frontlader und an dessen noch mal ein Anhänger mit Holz. Ich sehe schon eine Motion, die der Mais-Hex-Laden sich aufmachen kann. Zu und auf. Hier. Wollen wir ihn raus holen, Papst? Ich finde es auch. Papst, guck doch mal, so stark bin ich. So. Ich habe schon einen Mann, der darf den Mais-Hex-Laden fahren. Da. Da ist er, ja. Da ist er. Da ist er. Das Mais-Hex-Laden-Werk, Papst. Sind es da die modernen Schwarz-Papst, die es heute in der Zeit noch nicht gegeben hat, Papst? So. Hier. Wir müssen es aber jetzt erst mal... So. Das Mais-Hex-Laden-Werk an. Hier. Wir müssen es aber jetzt erst mal... Hm. So. Das Mais-Hex-Werk an. Diese Daten auf und die auf den anderen, Sachen gehen auch auf. Ist aber ziemlich schwierig, Papst, diese Daten aufzumachen. Bruder Meike. Bruder Meike. Papst, so kann der auch machen, um reinzuspielen. Ich hab das Häckselwerk abgesetzt. Papst, so kann der auch fahren. Ganz cool, wie das Häckselwerk funktioniert. Ein großer Maistrand, was ich muss ansehen. Zum Maistrand. Möbel. Das war's für heute. Und dann halt das Stroh, was daneben kommt. In den Wagen beladen. Die Bodiwache ist eigentlich noch rein zu räumen. Das ist jetzt sogar schon der Deutsch gekommen. Der Deutsch A ist gekommen. Und der Schuhe mit dem Wattel ladet gleich meine Wagen auf. Schwer steigern. Und der abgeladen hat, um noch ein Pilo zu bauen. Weil er kann auch da noch eine schwere Eilungsstange. So hoch kann der Erwagen sein. 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 Der Rest, der kommt in den Damm. Das ist ja, dann nehmen wir das von einem Lieben. Vielen Dank.